Auch an ungemütlichen Tagen macht das Laufen Spaß, aber nur wenn du richtig angezogen bist. Zum Beispiel mit der Nike 3Fit Shield Pant. Sie hält dich auf deinen Laufrunden in der kälteren Jahreszeit schön warm. Dies erreicht die Laufhose durch ihre strukturierte Innenseite. Zwischen ihr und deiner Haut bildet sich ein wärmendes Luftpolster. Natürlich schwitzt du auch wenn es kalt ist und deshalb hat Nike seine 3Fit Funktionsfaser in die Laufhose eingesetzt. Durch sie wird Schweiß schnell vom Körperwerk nach außen abgeleitet. Zudem schützt im Knie- und Oberschenkelbereich eine zusätzliche Schicht, damit deine Muskulatur nicht auskühlt. In der Reißverschlusstasche kannst du kleine Laufutensilien oder deinen Schlüssel sicher aufbewahren. Praktische Details wie die reflektierenden Elemente oder auch die Reißverschlüsse an den Beinenden runden die Ausstattung der Nike Pant ab. Genieße deine Läufe an kalten Tagen mit der Nike 3Fit Shield Laufhose. Sie ist vielseitig einsetzbar, sitzt locker und bequem und wird dich mit ihren funktionellen Eigenschaften begeistern. Hol sie dir in deiner Runners Point Filiale oder direkt hier im Onlineshop unter www.runnerspoint.com www.runnerspoint.com